Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Jelen Place Volcano Blog. Ja, machen wir wieder weiter in unserem Mount Doom. Die Farm da draußen, die läuft eigentlich recht schön. Ich habe es jetzt einmal ausgeschaltet, denn es funktioniert leider immer noch nicht ganz. Aber wir haben jetzt mittlerweile 26 Amber Crystals schon bekommen und es geht stetig nach oben. Einen Fehler habe ich schon einmal gefunden. Schauen wir uns kurz an. Und ihr seht, ich habe das Planungstool wieder verwendet, wie üblich. Genau, das hat ja immer noch etwas übertragen, obwohl es eigentlich fertig war. Dieses Teil speichert 2000 Ambers. Und das war noch nicht voll. Also jetzt ist es an und sobald dieses Teil auch voll ist, hört das Ganze auf und alles funktioniert wie gehabt. Was allerdings noch nicht funktioniert, wenn ich hier dieses Variable Card reinpacke, dann verschwinden zwar die Amber Crystals, aber es kommt nicht mehr Strom zustande. Also entweder ist es ein Bug oder ich habe da irgendwann einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es nur herausfinden. Ich habe es einfach nur zeitlich noch nicht geschafft. Aber heute kümmern wir uns einmal um dieses Chaos da. Das werden wir jetzt noch nicht lösen können. Da fehlt es uns noch ein bisschen an Materialien. Aber ich würde gerne mal anfangen mit da hinten. Und da haben wir auch die nächste Quest, die da lautet, wir sollen einen Melter bauen. Genau, das schauen wir uns dann an. Dann die Stamper ist. Genau, das Zwischenteil, das lassen wir jetzt momentan gerade einmal aus. Denn ich brauche jetzt erst einmal den Melter und die Stamper ist. Und da müssen wir aber das Ganze nochmal bauen. Sprich, wir brauchen drei Melter, zwei Stamper ist. Zwei Stamper. Ja, es ist jede Menge, ich weiß. Aber egal, wer wir machen, klappt alles bestimmt. Hoffe ich zumindest. Genau, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe schon mal fast alles vorbereitet. Da hier unten habe ich etwas vergessen. Ambers. Genau, und zwar, wir brauchen wie gesagt drei Melter. Dafür brauchen wir dreimal das Brick. Dafür brauchen wir keins. Dafür brauchen wir auch keins. Genau, die brauchen wir jetzt momentan gar nicht. Was habe ich gesagt? Melter, Stamper und Stamp Base. Genau. Also. Drei davon. Eins, zwei, drei. Und dann müssen wir nochmal kurz durchzählen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Zwei, vier. Ja, okay. Ich mache jetzt einmal. Machen wir mal einen halben Stack. Genau. Ich hoffe, dass das dann ausreicht. Sonst muss ich ja zwischendrin nochmal ein bisschen farmen. Und da fehlt es mir ständig. Ich schmeiße es schon wieder dagegen. Da fehlt es mir ständig am Clay und am Bone Meal. Genau. Da muss ich wohl noch ein kleines bisschen farmen nochmal bei Gelegenheit. Aber egal. Momentan soll es hoffentlich einmal reichen. Genau. Da brauchen wir natürlich noch dreimal den Ofen. Das waren vier. Ich kann schon nicht einmal nicht mehr zählen heute. Naja. Genau. Und dann machen wir uns da eins, zwei, drei Stück. Und haben auch die nächste Quest erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Dann haben wir gesagt, wir brauchen die Stamper. Ich glaube, Block of Iron sollte ich sogar haben. Nein, habe ich nicht. Dann machen wir da zwei Stück. Und holen uns das Rezept nochmal. Oh ja. Die gehen ganz schön weg. Und die werden uns nicht reichen, habe ich die Befürchtung. Nein, reichen sie nicht. Wir brauchen nochmal vier Stück. Aber dann machen wir die halt noch kurz. Zum Glück habe ich wenigstens genügend Blend. Ja, wir brauchen später noch mehr. Ich sehe schwarz. So. Haben wir einen Eiseneimer. Tatsächlich haben wir sogar zwei Stück. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Dann haben wir schon mal diese Teile. Sprich, wir können es schmelzen. Wir können es verarbeiten. Dann brauchen wir natürlich noch die Ingotform. Genau. Die craften wir uns so. Und für das andere brauchen wir, glaube ich, auch eine Ingotform. Genau. Und dann brauchen wir aber noch eine andere. Vier Platten. Genau. Die brauchen wir später auch noch. Ich baue es jetzt einmal gleich mit. Weil sonst muss ich es. Ja, ich muss es sowieso produzieren. Dann kann ich es auch gleich machen. Ah, jetzt habe ich mich fast zu viel gefreut. Jawohl. Jetzt hat es geklappt. Sehr schön. Genau. Dann schmeißen wir das da rein. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und was uns dann noch fehlt, das können wir immer noch besorgen. Wir fangen, wie gesagt, da hier hinten an. Genau. Ich habe das Kabel jetzt einmal schön da hinten rumgelegt. Ich habe es ein bisschen besser versteckt. Ja, schön ist es immer noch was anderes. Aber naja. Egal. Genau. Jetzt ist nur die Frage, wie rum wollen wir arbeiten. Und ich merke gerade, ich habe etwas vergessen. Jawohl. Ich habe etwas vergessen. Okay. Müssen wir uns gleich noch darum kümmern. Wir brauchen da den ersten Melder. Bevor wir jetzt anfangen, schnappen wir mal kurz die Quest. Ah, da kann ich in der Dial. Sehr schön. Genau. Dann kann ich da anzeigen lassen, ob da Strom drauf ist. Genau. Strom war unten. Flüssigkeit war oben bei dem. Da sieht man theoretisch sogar, wenn was drin liegt. Aber naja. Genau. Und dann müssen wir jetzt hier den Item Exporter dran machen. Genau. Weil das würde ich gerne automatisieren. Das will ich nicht per Hand machen. Da vorne ist dann Handarbeit angesagt. Aber wie gesagt, alles eins nach dem anderen. Genau. Jetzt haben wir schon mal die Items, die da reinkommen. Müssen wir natürlich noch konfigurieren. Aber wir brauchen natürlich erst einmal noch einen Strom. Und das habe ich schon wieder vergessen. Hm. Das wird sowieso ein bisschen kritisch. Denn wir brauchen da jede Menge von diesen Teilen. Und ich kann leider noch keinen Verteiler nicht bauen. Sprich, da müssen wir jetzt schauen, wie wir das vorübergehend machen. Das weiß ich noch nicht genau. Aber naja. So. Genau. Dann packen wir das einmal da dran. Gehe mit Shift-Klick, denn sonst verschwindet es da dran. Genau. Ich kann das nämlich da reinlegen. Ich kann da irgendwelche Items reinlegen. Ganz witzig. Aber lästig. Naja. Genau. Strom. Das war das Thema. Dann gehen wir mal da. Wieso connected das? Why? Das ist absolut doof. Und da habe ich nämlich das Problem, dass wir da einfach die Seiten von der Zelle ausgehen. Also wir haben spät... Ah, okay. Der ladet jetzt das auf. Denken wir schon. Was ist denn jetzt los? Da ist die Zelle. Ist voll oder wie? Tatsächlich. Das war definitiv das Falsche. Ist aber auch doof. Da passen 24.000 rein. Und da passen 32.000. Ob das eine Batterie ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja. Egal. Wir holen uns noch den Hammer. Shift rechts. Rechts. Jawohl. Und dann ladet das schon auf. Sehr schön. Genau. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch da reinbringen. In den Stamp. Und da brauchen wir unten die Stamp Base. Genau. Da muss ich wieder hochlaufen. Ich habe ja was vergessen. Und zwar braucht er unten einen Behälter, wo er das Zeug dann reinpacken kann. Sprich. Ein Bin war das, glaube ich. Da brauchen wir schon wieder so eine blöde Platte. Ach, Menno. Aber ihr wisst es selber. Wenn ihr jetzt alles verballert an Platten, dann habe ich keine Bricks mehr. Ah, ganz schön teuer das ganze Thema. Ganz schön teuer. So. Wo war ich? Ich wollte den Bin craften. Ich habe nur Platten. Ich habe nur Platten. Was mache ich denn? Keine Ahnung. Völlig verwirrt wie immer. So. Genau. Da unten kommt jetzt das Bin. Das ist ja so eine Art Chest von Embers. Kann man... Ja, ich kann es euch zeigen. Da kann man genauso Sachen reinlegen wie auch... Genau. Da links drin. Da sind sie wieder draußen. Nice. Genau. Und da kommt jetzt der Importer dran. Denn die Items, die wir hier produzieren, die sollen ja wieder rauskommen. Da können wir jetzt ruhige Whitelist machen. Denn egal was dabei rauskommt, er soll es einfach importieren. True. Nice. Genau. Also unten brauchen wir die Stamp Base. Dann brauchen wir einen Block Abstand. Gehen wir mal da drüber. Und oben brauchen wir den Stamper. Hat der Richtung? Nein, hat er nicht. Sehr schön. Genau. Und da muss man jetzt quasi diese... Diese Presse, sage ich jetzt einmal. Muss jetzt da oben rein. Und jetzt müssen wir nur noch die Flüssigkeit... Also das flüssige Metall. Genau. Also hier kommt zum Beispiel das LED rein. Denn... Wir haben ja gesehen, wir können das... Schauen wir mal, wo steht es denn... Da haben wir das LED. Genau, das LED-Ohr, das können wir entweder durchschmelzen zu einem Inget, das haben wir noch nicht. Oder eben mit dem zu zwei Ingets. Und deswegen würde ich das ganze LED hier durchschmelzen lassen. Genau, das können wir eben dann gleich auch konfigurieren. Und können uns auch gleich mal die Leitung besorgen. Die Leitung muss... Also nicht lüge. Hier habe ich wenigstens noch dabei. Genau. Fluid-Input. Also müssen wir eigentlich da nur senkrecht drüber. Und das ist schon wieder ein Problem, merke ich gerade. Das funktioniert so leider nicht. Da müssen wir noch eins weiter weg. So, das Ganze jetzt unten mal eines weiter nach rechts versetzt. Jetzt brauchen wir noch die Flüssigleitung. Dafür brauchen wir erst einmal die Fluid-Pipes. Und noch einen Fluid-Extractor. Ich habe es wieder nicht reingelegt. Immer das Gleiche. Jawohl, da haben wir den Fluid-Extractor. Genau. Und ja, deswegen müssen wir da immer Leitung dazwischen packen. Weil sonst weißt du ja nicht, aus welchen, dass es rauszieht. Und in welches, dass das reinkommt. Das schaut eigentlich ganz geil aus, das Ganze. Und da haben wir schon das Problem. Wir haben jetzt schon nur noch eine Seite frei. Und wir haben noch zig Maschinen. Ja, das wird so leider nicht funktionieren. Aber naja. Genau. Der Extractor kommt hier dran. Und hier kommt die Leitung. Dann weiß er, in welche Richtung das geht. Das Ganze bekommt noch einen Ebel. Machen wir ihn oben drauf. Genau. Und das können wir eigentlich schon mal einschalten. Weil sobald da was Flüssiges drin ist, soll es automatisch da rüber gehen. Genau. Und jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich brauche noch dieses eine LED zum Konfigurieren. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Genau. Der Rest kommt gleich einmal ins System. Zack. Dann können wir uns das noch gleich konfigurieren. Da brauchen wir wieder eine Variable Card und den Programmer. Dann stellen wir das Ganze wie... Ja, wie wir es schon zehnmal gemacht haben. Auf Item. Led. Speichern. Genau. Das Ganze packen wir jetzt nur noch da unten rein. Und dann soll es eigentlich schon losgehen. Können wir uns ja schon mal diese Linse holen, dass wir das Ganze dann auch sehen. Komm jetzt da noch hin. Ja, komm ich. Export Item. Sehen wir gar nicht. Aber ja. Da oben kann man es sehen. Da ist jetzt das LED drinnen. Hallo? Ich bin ein Idiot. Und sie muss natürlich da unten rein. Da unten kommt der Strom rein. Jawohl. Und jetzt funktioniert das Ganze. Können wir auch noch mal kurz ausschalten. Genau, sobald es raucht, klappt es. Jetzt dauert es bloß einen kurzen Moment. Jawohl. Und da haben wir schon die ersten zwei Inglids drinnen. Das Ganze kommt jetzt da rüber. Genau. Ich war kurz zu schnell. Aber sobald ich es wieder reingesteckt habe, habe ich es importiert. Genau. Und jetzt bekommen wir Leute und zwar immer zwei Barren pro Ohr. Genauso soll das sein. Ich weiß nicht. Es gibt mit Sicherheit nur irgendeine RCD gleich sind. Ja, momentan nicht. Nein, momentan nicht. Wir bekommen ja nur Eisen, Gold und LED. Okay. Aber zumindest haben wir das jetzt einmal automatisiert. Sprich, in Zukunft, wenn irgendwas kommt, schmeiß ich es da bloß rein ins System und alles ist gut. Genau. Dann machen wir gleich einmal weiter mit der nächsten Quest. Wir sollen die Mixer-Centry-Fuge bauen. Dafür brauchen wir einen. Ich glaube, wir haben sogar noch eine. Das könnte sich sogar ausgehen. Damit habe ich schon fast gar nicht mehr gerechnet. Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3. Genau. Und dann brauchen wir sogar noch mehr. Okay, da kriegen wir gleich einiges an Quests. Genau. Fluid-Teil und Ember-Teil. Und nochmal ein Ember-Teil. Nice. Da müssen wir uns wenigstens die nicht craften. Ist doch auch schon mal ein großer Punkt. Genau. Also wir können es schmelzen. Wir können es mischen. Und wir können es verarbeiten. Genau. Das brauchen wir allerdings nochmal ein Pin. Denn ich habe keine Lust, dass das Zeug da irgendwie wild in der Gegend rumfliegt. Deswegen bauen wir das Ganze da oben drauf. Wir haben noch genug davon. Ja, und da müssen wir jetzt den Abstrich machen. Da müssen wir jetzt momentan leider einfach die Leitungen umkonfigurieren. Also je nachdem, welche Maschine gerade läuft, muss man dann umschalten. Ist ein bisschen blöd, aber solange wir jetzt noch nicht die bessere Batterie haben. Ich habe übrigens vor zu bauen, weil die echt geil ausschaut. Ja, da müssen wir uns leider anderweitig behelfen. Genau. Wir haben ja noch die beiden Flüssigkeiten, die wir da noch reinziehen müssen. Sprich, wir brauchen nochmal zweimal den Fluid Extractor. Genau. Dann habe ich gedacht, wir bauen einmal hier einen... Ich habe die Leitung nicht gebaut. Ich habe komplett Lust. Wir bauen einmal hier einen Schmelzer auf und hier einen Schmelzer. Die beiden gehen dann in das gute Gerät und das wird schon wieder nicht funktionieren. Bauen wir das Ganze noch eins weiter nach rechts. Sonst klappt es einfach nicht. Ihr seht es selber, das ist alles ein bisschen knapp, weil wir eben immer auch gerade diese blöden zwei Abstand brauchen, damit das Ganze klappt. Genau, weil dann gehen wir einfach da rein und da rein und dann können wir da rausgehen und dann funktioniert das auch so. Dann, sprich, bauen wir hier unseren Stamper wieder auf. Unten die Base, dann der Block drauf und dann oben drauf nochmal der Stamper an sich. Genau, da muss man jetzt eben entscheiden, was dann genau dabei reinkommt. Das stellt sich dann raus, wenn es soweit ist. Wir machen nochmal die Leitungen. Genau, die Fluid Pipe waren das und die Fluid Extractor. Das muss ich reinschmeißen, sonst klappt es nicht. Wo war es jetzt schon wieder? Jedes Mal verliere ich es. Eins, zwei. Genau, dann machen wir uns noch einmal die Leitungen. Ja, und ich brauche noch mehr. Egal, aber das machen wir jetzt nicht mehr in der Folge. Das mache ich dann danach, denn wir brauchen ja auch eine Itemleitung, die von da aus der Kiste da rausgeht, denn ich möchte da größere Masse noch mal reinschmeißen können. Aber dann packe ich es einfach direkt da rein. Die brauche ich nämlich auch wieder. Ja, da brauche ich auch wieder diese blöden Platten. Egal, dann machen wir es so und ich packe das einfach im Nachhinein dann noch. Funktioniert auch. So, genau. Also, Flüssigkeit raus, Flüssigkeit raus und dann rein. Und da müssen wir uns, da bauen wir uns da das Teil dran. Genau, weil dann sehen wir nämlich, welche Flüssigkeit wo drinnen ist und wie viel, dann können wir das vernünftig benutzen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die, da brauche ich wieder einen Extractor. Ja, komplett verrechnet. Und dann habe ich noch was Entsetzliches gesehen. Ich habe mich so gefreut drauf, denn es gibt in dieser Mod so mechanische Leitungen, wo man quasi alles, was mit Embers funktioniert, auch mit Dampfgenerator und richtig krasse Maschinen machen kann. Ja, aber das ist anscheinend ein kleiner Zusatz und der ist da nicht mit installiert. Also, das können wir leider nicht machen. Da war ich wirklich ein bisschen traurig drüber, muss ich sagen. Denn das hat mich echt gefreut. Aber naja, hilft nichts, gell? Was soll man machen? So, jetzt müssen wir das leider, ja, wie ich schon angekündigt habe, denn wir brauchen jetzt da vier Stück davon. Dass er die da immer reinlegen will. Finde ich doof. Der kommt da drauf. Kann ich da irgendwie drauf noch? Das kann man oben auch, aber oben ist eigentlich eh blöd. Packen wir es hinten ran. Genau, das ist der blödeste, den machen wir einfach da hinten dran. Da habe ich schon wieder kein Schalter. Ihr habt nichts gesehen. Ich weiß nicht. Genau, also. Der kommt auf den. Das Ganze geht auf on. Dann der zweite. Ich habe da generell viel zu wenig. Ich muss das tatsächlich in Schritte machen. Der geht auf den. Der geht auf den. Und dann machen wir den jetzt einfach auf den. Halt, andersrum. Das schaut schon fancy aus mit diesen ganzen Leuchtfackeln, die da rumtigern. Ich finde es genial. Genau, den machen wir weg. Jetzt nochmal kurz überlegen. Aber eigentlich soll es funktionieren. Eigentlich soll es funktionieren. Ich frage jetzt, wo packt man die? Ich packe es jetzt einfach mal da dran. Da habe ich schon wieder einen Mist gemacht. Das hat mir jetzt schon wieder einiges gekostet. Ja, das ist blöd. Die müssen da unten dran. Der passt da nicht mehr dran. Weil das Teil, das braucht nämlich auch einen eigenen Platz. So, aber jetzt müsste es klappen. Nummer 1. Nummer 2. Jawohl, der hat was. Der hat was. Dem sehen wir es nicht. Aber das müsste eigentlich funktionieren. Und das müsste auch funktionieren. Genau, die Hebel sind alle off. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was wir damit machen können. Denn wir haben ja da ein Rezept offen, der Achaikbrick. Und wie stellen wir den her? Mit Manorill Resin und mit Molden Gold. Da gibt es auch noch weitere Rezepte, wie zum Beispiel den Dawnstone. Da werden wir auch einiges brauchen. Und ich würde sogar sagen, wir stellen uns erst einmal den Dawnstone her. Denn der ist mir jetzt ein bisschen wichtiger. Weil wir dann die krassen Maschinen bauen können, anstatt dass wir da mal zum Pack weiterkommen. Deswegen schmeißen wir einfach mal Gold und Kopper in gleichen Schritten da rein. Und die Achaikbrick, die können wir ja immer noch machen. Also das kommt noch, keine Sorge. Genau, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich müsste alles funktionieren. Ich denke, dass ich es richtig aufgebaut habe. Genau, Kupfer schmeißen wir da vorne rein. Das Gold schmeißen wir da hinten rein. Jetzt haben wir natürlich keine Dials. Das heißt, wir sehen nicht, was drinnen ist. Da bräuchten wir jetzt diese blöden Dials. Egal, schaut man es einfach rein, dann sollte man es eigentlich da unten sehen. Genau. Auf der Ostseite haben wir jetzt Müsst ja auch noch eins ran. Genau, ihr seht es selber. Jetzt kommt Kupfer rein und Gold rein und es wird auch gleich vermischt. Die Seiten sind egal. Es muss einfach nur auf verschiedene Seiten müssen die richtigen Metalle reinkommen. Dann vermischt sich das da oben. Genau, unten Input, oben Output. Wenn wir das Ganze jetzt da rüber leiten und dann müssen wir da natürlich noch die Presse rein machen. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn für Dawnstone? Brauche ich da eher Platten oder eher gemischt? Ja, ich würde sagen, das ist gemischt. Dann schmeißen wir einfach mal das Plattenrezept rein. Jawohl, und dann haben wir das Dawnstone. Und im Grunde genommen funktioniert das ganz genauso. Das hat mir jetzt 20 Stück rausbekommen. Mit äh, mit die anderen Rezepte. Sprich, wenn wir nochmal kurz reinschauen, sprich mit dem Acheid Brick. Einfach nur Manorail und Gold. Oder eben auch Elektrum, das werden wir nicht machen. Gold und Silber, das können wir. Aber das brauchen wir nicht. Bronze werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Also ich wüsste jetzt nicht für was. Ja, Bronze Werkzeuge. Bringt uns nicht. Winding Gears, okay. Kann sein, dass wir es vielleicht nochmal brauchen. Aber ja, deswegen würde ich das Ganze jetzt nicht automatisieren. Sondern, ja, wenn ich was brauche, dann schmeiße ich das da einfach rein. Mach ein bisschen mehr. Genau, das kann ich noch alles ein bisschen. Ja, da kann ich noch. Ich baue noch Teils dran, dass man es besser sieht, was da los ist. Ich denke, das macht definitiv Sinn. Und mach dann hier noch. Das war auch falsch. Ja, da muss mir noch was einfallen lassen. wie man das mit den Teilen ganz genau macht. Aber ja, da sind unsere 20 Dawnstone. Nice. Genau, und damit ist leider die Folge auch schon wieder um. Ja, es ist ein bisschen chaotisch, aber gut, es ist Ember, so wie es ausschaut. Es ist einfach ein bisschen chaotisch mit 1000 Hebeln. Ja, müssen wir mal schauen. Es gibt einen Energy Splitter, so einen Ember Splitter. Da können wir die Energie dann aufteilen. Ich denke, dass das ganz Sinn macht in dem Fall und dass man eventuell oben an der Decke irgendwelche Relais laufen lässt. Aber da muss ich noch jede Menge Dawnstone, äh Dawnstone sag ich schon, Carmenite herstellen. Das heißt, ich brauche noch mehr Clay, ich brauche noch mehr Bone Meal. Da habe ich noch einiges vor. Aber ja, es funktioniert. Wir haben Dawnstone und können jetzt die krassen Maschinen von Embers machen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du hast auch Bock gehabt drauf und auch in Zukunft. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Übermorgen sollte eigentlich die nächste Folge wieder kommen. Und ja, sag danke und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.